Musik Willkommen zu einem weiteren Türchen beim Pechkeks Adventskalender Grausige Weihnachten Und jetzt sind wir bei Türchen Nummer 4 angelangt Und wollen mal schauen, was sich heute dahinter verbirgt Dazu gehen wir mal live rüber Und die Nummer 4 haben wir hier unten Ja, da seht ihr Eine, ja was ist das? Eine Sternenschnuppe Ach ist das süß Da werden wir gleich mal hin Ach, ich muss immer so da rein Das mal aufmachen Auch das noch Steht da schon mal auf dem Tütchen Und ein kleiner Teddybär Der ist ja auch richtig niedlich Jetzt stellen wir das wieder hier hin Und machen das mal auf Und schauen, was uns heute für ein Spruch erwartet Hier mal wieder der übelst leckere Keks Wieder Kohlraben schwarz Wunderbar So einmal aufbrechen Natürlich Du machst Urlaub in einem fremden Land Dein Name bedeutet dort Weißer Trottel Hey Für alle Urlauber natürlich Das geht raus An alle Urlauber In einem fremden Land Weißer Trottel Boom Das war das Türchen für heute Wir melden uns dann morgen zurück Bei Türchen Nummer 5 Und ich bin natürlich schon ganz gespannt Was im Türchen Nummer 6 ist Am Nikolaustag Ob das da angepasst ist Ob es da mit Bezug hat Oder das einfach nur ganz willkürlich Da reingeschmissen Werden natürlich wieder Eine Hälfte von dem Keks essen Die andere werfen wir aus dem Fenster Wie ein Gangster Nein, aber Schmeckt wunderbar Ich muss es immer wieder sagen Ich finde die Dinger echt genial Das war es aber von heute Wir sehen uns einfach morgen Bei der nächsten Folge Und der nächsten Türchen Dann geht's auch vor Bis zum nächsten Mal